Ja, weil einfach diese Revia spannende Projekte hat und eben sehr breit tätig ist und nicht nur ausschließlich klassische Immobilienprojektentwicklung. Ich habe mich über die Hoben schon ein bisschen über die Firma informiert, das Unternehmen und für mich sehr dynamisch gewirkt und das mich anspricht, einfach dynamisch flexibel zu arbeiten. Ja, ich habe damals mein Pflichtpraktikum im Bachelorstudiengang bei der SURVIA gemacht und habe dann anschließend die Möglichkeit bekommen, dass ich während meines Masterstudiums schon Berufserfahrung sammeln kann und diese Chance habe ich dann genützt. Also grundsätzlich gefällt mir so gut, dass diese Dynamik durch die Wachstumsorientiertheit die Entscheidungsfindung sehr, sehr schnell ist, dass die Hierarchien sehr flach sind, dass die Prozesse flexibel sind. Es ist jetzt zwar eine Firma mit einer gewissen Größe, aber es ist keine Konzernstruktur. Es ist nicht sehr starr in der, wie Dinge erarbeitet werden, sondern sehr flexibel. Man versucht auf Dinge zu reagieren und man kann sich dadurch auch sehr gut einbringen. Das ist ein riesen Vorteil. SURVIA steht für einen modernen Immobilienprojektentwickler mit auch Fokus auf Digitalisierung.